Und da bin ich direkt wieder bei der nächsten Folge von Civilization 5 Natürlich Mit Drill 2 oder was soll ich nehmen? Was hab ich eigentlich eben bei dem anderen? Hä? Dem anderen hab ich Wache gegeben Wieso hab ich dem Wache gegeben? Gebt dem hier nochmal Drill 2 Das ist doch gut Hier gibt's auch noch einen Reiter zum Aufleveln Schock Minus 1 Ich habe einen Portrait gefangen genommen Und Armbrustschützen hier sind auch aufgelevelbar Sperrfeuer Sperrfeuer 1, Sperrfeuer 2 Disziplin, Wasser Hier gibt's auch einen Neutrfeuer 2 Verletzungen, Wasser Wer denn? Hier nehme ich bei Irgendwie gerne Jetzt erst nächstes mal so Denen sind sie ja einfach Solche Gebäude vor allem gerade mal was für Nahrung zu tun. Ich sollte vielleicht auch tatsächlich langsam mal genau so lohnt sich eigentlich nicht die Einheiten über die gesamte Insel zu verschiffen. Das ist wirklich unnütz. Hey wieso sagt mir einfach niemand Bescheid wenn hier drüben so ein scheiß Barbanlager ist. Minus eins. Wow. Die sind da fertig geworden. Ich habe ja eben mir diese beiden Gebietchen hier gekauft dann modernisiere ich die auch noch direkt mal. Was bringt Was bringt mir eigentlich die Einheiten dort zu modernisieren? Ich kann einfach auch hier irgendwie modernisieren. Einheiten modernisieren. Der Gegner ist in eurer Nähe. Ich verlieg die Kontrolle über Helsinki. Das interessiert mich nicht. Genor und Helsinki sind nicht mehr verbündet. Der Feind wurde bei der Stadt Tetu Huikan gesichtet. Ich habe es noch nicht mehr und dann bin ich aber nicht mehr jetzt in eurer Nähe. Ich kann es noch nicht mehr habe. Das ist ja so. Ich kann es noch nicht mehr noch nicht mehr . Ich kann es noch nicht mehr ist. Minus 3 habe ich gehört. Nice. Hier wird ein Handelsposten gebaut. Hier wird gar nichts gebaut. Hier benötigt eine Einheit Befehle. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ja, ich baue hier einfach noch weiter Gebäude und lasse wissen, was auf Wohlstand. So, Ausraum. Wenn ihr mir noch euer gesamtes Gold gebt. Ja, dann... Ja, dann... Ja, dann... ein bisschen rückwärts ein bisschen dritte ein bisschen dritte oh ein bisschen dritte ein bisschen dritte Hier wird eine Festung errichtet. Hier zieht meine Truppen weiter. Einfach abgeschlachtet, Alter. Wird er euch mit der Niederlage, sagt ihr. Das wollen wir doch nicht haben. Bitte. Fick deinen Arsch dahin, ja? Danke. Derzeit verteidige ich mich eigentlich nur, ne? Wo gleich ist da ohnehin ein Langschwertkämpfer fertig. Das... Was ist das? Oh shit, ich habe den Weg zerstört, ne? Hm, klar. Ich bin aber auch echt so blöd, ne? Ach, die haben hier eben einen Weg gebaut. Nächste Runde. Danke für die Information, das interessiert mich ein Scheißdreck. Okay, danke. Nein, 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 nein. Zuerst geht hier hin. Ihr... Stimmt. Geht hier hin. Jetzt hebt ich hier hin. So. So, und jetzt kann ich nachgucken. Druck ab. Chemie. Produktion von... Das ist doch gar nicht mehr so schlecht, hä? Hm, 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 hm. Die Einheit regeneriert sich jetzt relativ schnell, glaube ich. Hier, vier von zehn Trefferpunkten, ja. Guck. Die Bauern ruhig weiter. Flatsch. Noch einen Schuss und sie sind down. So schnell kann es gehen, hä? Moment, zwei Runden, dann brauche ich für ein Monument. Und hier mache ich Produktion ändern in Monument. Ich habe irgendwie Bock drauf, alles in Mente umzubauen. Ah, ihr seid immer noch hier dabei. Die befestigt. Oh, der gefälligste, weiter! Oh, klar. Oh, klar. Oh, ich setze irgendwie viel auf Almati, wie man es auch noch mal ausspricht, ne? Die machen das echt nicht mit ihrem Job hier, mir die ganze Zeit Einheiten zu schenken. Diese geht irgendwie unser Gold wieder runter. Diese geht unser Gold runter. Stört, stört, nein. So scheiße, genau. So. Eisenbahn. Ihr holt euch aus. Ihr seid bereit. Und wir drücken auf die nächste Runde. Ah, nee, mach so. Tut mir natürlich leid, dass ich vergessen habe, euch das mitzunehmen. Sie haben Sperrkämpfer von mir bombardiert. Beinahe getötet. Sie müssen sterben. 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 Nein, ihr bleibt auf Bereitschaft. Danke. Ihr regeneriert euch erstmal wieder. Ihr baut weiter eure dämliche Festung. Meine dämliche Festung. Tut mir leid. Tut mir leid. Entscheidende Sieg. Ja, gut, ne. Also, da wurde wieder eine feindliche Einheit. So was von in den Boden gestampft. Grundspeicher, Leuchtturm, Tempel. Das ist gut. Übrigens, ich würde gerne mal hier gucken. Größe, Persönlichkeit. 63 von 134. Und der andere. 19 von 134. Ja, okay, das ist schon ein großer Unterschied noch, aber... Neue Spezialisten... Freuer Spezialistenplatz. Händler plus 2 plus 3. Zurück zur Karte. Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Das, das, das... Jo. Ich glaube, ich weiß es. Wie bist du hier in Reichweite, du scheiß Teil. Leg dich hier hin. Und... Dann recken wir gleich das Teil. Was ist das denn? Sixtinische Kapelle wurde vollend. Ah, okay. Wow. Jetzt um meine Reiter Marsch. Ja, das war klar. Ah, ich wollte eben nicht die Speerkämpfer riskieren. Ich will nichts von diesen... Oh. Egal. Interessiert mich ein Scheißdreck. Leon, Paris. Ah, ah, der Feind wurde gesichtet. Feuer. Feuer. One hit. Get wrecked. Produktion van... Onios. Das Monument. Produktion van in Onios. Das Monument. Produktion van in Leon. Die... Steinwerke. Nein. Aquadukte. Bibliotheken. Markt. Werkstätten. Kornsteige. Stadtmauern. Kaserne. Tempelschmiede. Stall. Okay, dann nehme ich mal die Steinwerke, weil die Zufriedenheit brennt. Das ist ja eine Kleinigkeit, die wir derzeit sehr gut brauchen können. So, Handelsposten ist fertig. Die nächste Runde brauche ich das Ding. Da brauche ich wieder eine Straße dahinter. Ja, können wir vielleicht einen großen Generalgefangen nehmen? Officer Bait, lassen wir uns. Großen Generalgefangen nehmen. Oh mein Gott, sie greifen uns an. Willst du? Ja gut, ich könnte die Stadt vernichten, aber egal. Hier. Ich kann ja. Ich bin nicht nagelnd. Ihr macht Bereitschaft. Ihr... Macht einen auf Bereitschaft. Oh hier. Das ist nur... Ach, das ist nur ein Reiter. Dies erfordert. Ein Pferd. Und das habe ich leider derzeit nicht. Wie man gut sehen kann. Yeah, der Feind wurde vernichtet. Dafür, dass meine nur Sperrkämpfer sind und der Gegner bei Kaniere hat. Ja, geschafft. Grandios. Ja. Nächste Runde vielleicht schon. Das da habe ich ja nicht angegriffen. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock drauf. Sekunden. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich was ich jetzt nicht spielen. Glaub ich. So, da bin ich wieder. Puh. So, zum Spiel. Unsere Einheit wurde schwer beschädigt. Wir schickten sie zurück. Unsere Stadt. Ihr repariert sofort die Modernisierung. Ihr baut die Festung zu Ende. Ah, Meiti. Ja. Der Feind wird bei der Stadt Lyon gesichert. Wow. Wow. Wow, ist der nah dran. Die Bibliothek wollte ich jetzt nicht haben. Tempel. Ja, Weg steht wieder. Hippie. Ja. Festung ist fertig. Und dann kann ich dort gleich meinen Langschwertkrieger verschanzen. Alter. Die sind, die haben viel bessere Karten als nicht, weil wir einfach mehr Städte auf einmal haben, haben sie sich errichtet, haben sie sich errichtet. Eigentlich geht man in den Gold wieder hoch, ich dachte schon, ich hätte tatsächlich alles verhauen. Naja, zum Glück nicht. Sie gehen hier hin, danke. Sie, mein Freund. Und bewegen sich hier hin und bewegen sich dort, damit die nächste Runde in ein Boot können. Hier wird jetzt gebaut. Hm. Die Werkstatt. Sekunde mal, wie kann man eigentlich überhaupt noch Zufriedenheit gewinnen. Luxusgüter. Okay. Hm. 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 Wunder. Schwierigkeitsgerank. Nötig damit unsere Städte nutzen und um mit dem Kiemen zu wirken. Ja gut. Die Städte ist im nächsten Level ab. Jetzt gib mir einfach deine Kohle, Alter. So. Na, was heißt denn von offener Grenzen? Nein, das darf ich beide leider nicht bieten. Wenn ihr mir Säber gebt. Ich gebe euch Eisen und Pferde und offene Grenzen, wenn ihr mir das gebt. Spitzesten Stöcken. Militärische Stärke, da bin ich der Beste. Notizum hat mir 27, what? Hand. Ihr habt Zucker. Ich gebe euch für Zucker, Eisen und Pferde. Wieso nicht? Ich will doch mal... Marmor gegen Eisen und Pferde. Gold pro Runde. Fünf Vorschläge. Was haben die alle dagegen, ihre Luxusgüter zu verkaufen, hä? Schade. Du machst das. So. Weißt du, was ich... ... für mal so... ... gack. Sonst noch ein... ... hier. Jetzt modernisieren die und modernisieren sie so weit wie... so lange wie ich will. Ich kann nur greifen. Hier, ich habe einen Teil eines großen Händlers zerstört... getötet. Wundervoll. Meine Truppen sind kampfweit. Ich habe... ... krege Truppen. Ganz viele Truppen. Ich habe... ... hier. Ich habe... Uiuiui. Was machen die denn da? Was ziehen die? Ein Gegner ist in der Nähe? Ohhhh. Ja, kriegt... ähm... Tempel. So, genau. Danke, meine lieben... ... Frauendinnen. Hier wähle ich als Produktion den französischen Musketier. Gleich ist ja auch noch ein... ... Ritter fertig. Alter, was wollen die immer die ganze Zeit? Helsinki hat Monty zu mal... ... den Krieg erklärt. Das ist der große General. Ich darf die Kontrolle über... ähm... ... ne... ... Tü... ... nicht verlieren. Einheitenbeförderung. Yay. Bombardierung. Nächste Runde ist das Teil komplett im Arsch. Großen General zerstört. Auf solchen Leunchen sollte man besser aufpassen, was? Kollege. Achso, du darfst jetzt auf Bereitschaft gehen. Nächste Runde. Die modernisieren jetzt irgendwie alles, ne? jaja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für... Als ob ich dem Luxusgüter geben könnte. Und 51 Gold, na gut. Das wird sich ja für mich gar nicht lohnen. Der will also, dass ich dem einfach Scheiße schenke. Dann mache ich mal... ... und die Kompetenzen nehmen... ... und die Kompetenzen nehmen! ... und den Rhein sind réponschoge! ... und die Kompetenzen nehmen! Aha... Handeln..... ... und gut ... ... und das werde ich haben! ... As-salamu alaikum Die haben mir einfach noch einen Drehbock dazugeschenkt, okay Und diese Armbrustschütze steht hier drüben Den kann ich eigentlich auch noch verkaufen Naja Einheit modernisieren Könnte ich machen, bringt mir aber nicht viel Deswegen Lass ich's mal lieber So, Bereitschaft Na, ich bin langsam müde Ah, dann beende ich glaube ich auch jetzt langsam hier mit dieser Folge Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, von mir gebt einen Daumen hoch Äh Gebt gefälligsten Daumen hoch, klar Ne, also Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch Wenn nicht, dann Lasst es einfach Und wenn ihr Meinen Kanal jetzt neu seht, dann Abonniert bitte Sonst, ne Wir sehen uns in den nächsten paar Folgen Bis dahin Ich mach grad noch diese Runde zu Ende Wohlstand So Wohlstand So Spiel speichern 0 0 0 0 0 0 0 0 Let's play. Müsstet ihr euch jetzt nochmal mit ansehen. Bis dann. Ciao. Leute.